Ich glaube, dass den meisten Menschen nicht so ganz klar ist, wie machen die das eigentlich, die Politiker, die Diplomaten. Und so ein Tag der offenen Tür gewährt Bürgerinnen und Bürger, die Interesse zeigen, die Möglichkeit, hier einfach mal zu schauen, was wir tagtäglich leisten. I think that everyone have to know what's going on inside the Parlement, not just outside. I see a lot of open-minded people. It's like very, very beautiful here. I like it. It's nice that they are kind of providing some politics, so you can talk to them, and express and see what's going on up there. Für mich als Pooling ist das sehr interessant, wie das alles hier aussieht. Mir war auch nicht klar, dass man wirklich mal in die Büros reingucken kann. Das finde ich eigentlich sehr, sehr interessant. Naja, das ist jetzt das Büro des Ministers. Wurde schon viel gefragt. Es ist nicht nachgestellt. Hier sitzt er wirklich, wenn er im Haus ist. Wir waren in dem Atelier von der Künstlerin. Ich bin derzeitige Artist in Residence im Auswärtigen Amt. In diesem Atelier. Dadurch, dass ich viel mit Geschichte arbeite, ist natürlich toll, auch Zeitzeugen zu finden und mit denen ins Gespräch zu kommen. Musik Ich spiele die Violin. Ich lebe jetzt in Berlin und studiere in der Parallum Said Academy. Ich bin in Nazareth. Die Akademie ist ein Bachelor und ein Artist Diploma für die Leute aus der Region, die wollen mit Musiker, Akademischer und Humanität kombinieren. Ich habe wirklich viel Spaß gemacht.